...wei Wochen ein schlagfertiger junger Mann dem Fernsehpublikum vor. Der blauäugige Tausendsassa aus dem Wilden Westen, gespielt von Terence Hill, ist auch der Held des folgenden deutsch-italienisch-französischen Spielfilms Nobody ist der Größte, den Damiano Damiani im Jahre 1975 als temporeiche Western-Komödie inszenierte. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung. Dieser Film ist mit Videotext untertitelt, bitte wählen Sie Tafel 150. Untertitelung des ZDF, 2020